Vom 23. bis 26. Februar 2022 findet hier in Berlin der Deutsche Krebskongress statt. Es ist der mit Abstand größte deutschsprachige Kongress für die Tumormedizin in unserem Land. Wir haben für Studierende eigene Programme geschaffen, sowie auch für die jungen onkologisch Tätigen, in denen sie sich aufgehoben fühlen, in denen sie viel lernen können. Dieser Kongress bietet ihnen die Möglichkeit zu sehen und gesehen zu werden, sich mit Experten direkt auseinanderzusetzen und auch von diesen Experten gehört zu werden. Bereichern Sie diesen Kongress mit Ihrer Forschung, mit Ihrem Input, mit Ihren Ideen. Wir hören Ihnen zu, weil die Zukunft der Onkologie von Ihnen abhängig ist. Die Onkologie und die Zukunft der Tumormedizin ist spannend. Sie ist hoch innovativ und sie ist begeisternd und sie bietet uns Möglichkeiten, im Herzblut an unseren Patienten zu arbeiten, diesen Menschen zu helfen. Und ich glaube, das macht das Wesen der Onkologie aus. Und wir würden uns freuen, Sie hier mit dieser Begeisterung anstecken zu können. Kommen Sie nach Berlin und lernen Sie uns kennen, wie wir uns auch freuen, Sie kennen zu lernen.